ja halli hallo ich grüße euch freitagnachmittag und zeit für baster schiene hier steht nichts drauf so Leute, wer soll das denn auspacken? wo lag hier auch noch ein Messer rum ich weiß was das ist das sind, wenn ich mich nicht täusche Bewegungssensoren so Erschütterungsdinge halt so, das war's für heute, ciao ciao